Sie wollen das heilige Land der Bibel neu entdecken? Sie wollen mehr über die Völker und Kulturen der damaligen Zeit erfahren? Dann gehen Sie jetzt auf Zeitreise mit dem großen Atlas zur Welt der Bibel. Zahlreiche Fotografien, Landkarten und Illustrationen helfen die biblischen Texte zu verstehen. Staunen Sie dabei über die einzigartige Heilsgeschichte Gottes, von der Schöpfung der Erde bis zur Verbreitung des Christentums. Der große Atlas zur Welt der Bibel, das ist der ideale Begleiter für alle, die von der Welt der Bibel begeistert sind. Der große Atlas zur Welt der Bibel, jetzt erhältlich in Ihrer Alphabuchhandlung.